16. Februar. Keine Alleingänge. Jetzt hat sie wieder begonnen, die Fastenzeit. Sieben Wochen ohne. Die evangelische Fastenaktion hat wieder ein ansprechendes Motto. Komm rüber. Sieben Wochen ohne Alleingänge. Mich spricht dieses Motto deshalb an, weil ich eigentlich Alleingänge ganz gern mag. Beim Spazierengehen zum Beispiel. Da liebe ich es, mein eigenes Tempo zu gehen. Und dann merke ich die Aufforderung. Komm rüber ist nicht nur ganz schön, sie tut auch gut. Geh ein Stück mit mir, dann können wir reden. Komm rüber, das heißt auch, ich bin interessiert an dem, was du tust. Modern heißt das, wir sind ein Team. Wir gehören zusammen. Insofern ist deine Fastenzeit immer eine Zeit der Bereicherung. Für die Diakonie ist es ein Motto, das ihre Arbeit beschreibt. Komm rüber. Leben ohne Alleingänge. Und deshalb, jeder und jeder soll den anderen mit der Begabung dienen, die ihnen Gott gegeben hat.